Bei einem Menschen zu sitzen, der einem wichtig ist, der einem wertvoll ist und von ihm nicht beachtet zu werden, ist wohl eines der schlimmsten Gefühle, was man haben kann. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, wo es darum geht, mit Schamgefühlen umzugehen, zu erkennen, warum wir so mit Schamgefühlen besetzt sind, wie die entstehen, aber anhand von vier Schritten auch aufzuzeigen, wie man aus der Scham wieder herauskommt und zu einem etwas freieren Leben, prokrastinationsfreieren Leben kommt. Ich garantiere dir, die Zeit lohnt sich. Komm mit in dieses Video. Ich freue mich, mit dir etwas näher darauf einzugehen, wie komme ich aus Schamgefühlen wieder raus. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich möchte immer wieder gerne mit diesen Worten beginnen, dass du dir die Zeit nimmst, dich mit diesem Thema etwas näher auseinanderzusetzen. Es ist schon ein wichtiges Thema, denn von einem anderen Menschen nicht beachtet zu werden oder das Gefühl zu haben, dass auf einmal alle Menschen mit dem Finger auf einen zeigen und sagen, du bist es nicht wert. Dieses Gefühl der Scham begleitet viele, viele Menschen und vielleicht auch dich, wenn du jetzt dir dieses Video tatsächlich ausgesucht hast nach dem Thema, warum wir uns oft wertlos fühlen, raus aus Schuld, raus aus Schamgefühlen. Und dieses Gefühl, nichts wert zu sein bei Menschen, die einem selber doch einen Wert entgegenbringen. Das tut so weh. Und ich möchte dir gerne zeigen, dass die Entstehung von Scham und das Herauskommen aus der Scham gar kein Hexenwerk ist, dass es auch wirklich geht. Und wenn wir uns mal so ein bisschen näher mit diesem Gefühl Scham auseinandersetzen, Gefühle sind eigentlich etwas Schönes. Also nach dem Kopf-Herz-Bauch-Modell oder das Über-Ich, Ich und das Es. Aus dem Bauch heraus kommen die Emotionen, die Gefühle und die können sehr, sehr schön sein. Sie können aber auch ungemein quälend sein. Und Scham ist ein Gefühl. Scham ist ein Gefühl von einer ganz großen Qual. Man ist verlegen, weil man etwas vielleicht Negatives getan hat oder man wurde in einem Fehler bloßgestellt. Man fühlt sich, wie eben gerade gesagt, als würde die ganze Welt mit Fingern auf einen zeigen. Es ist eines der schwierigsten, eines der unangenehmsten Gefühle, die Scham. Aber Scham und Schuld ist nicht nur ein Hemmnis. Scham und Schuld sind auch ein Leuchtturm, ein Wegweiser, ein Signalgeber. Nämlich ähnlich einem Leuchtturm in unseren Beziehungen zeigen sie auf, dass etwas in unseren Beziehungen zu anderen Menschen verändert werden müsste, dass etwas nicht ganz rund läuft. Für viele aber ist das nicht mehr ein Wegweiser, die Scham, sondern eine echte Blockade. Ein Energiewampir lässt einen stocken, lässt einen prokrastinieren und aufschieben. Und ich möchte dir, also wie eben schon gesagt, in diesem Beitrag einmal kurz aufzeigen, wie Scham entsteht und mit welchen vier Schritten ich da rauskomme. Wenn du ein persönliches Gespräch haben möchtest, siehst du ja hier unten zwei Webseiten, www.werdewiederstark.de oder www.dermediator.org, dort ist auch mein Kontaktformular, fühl dich so frei, mit mir in ein persönliches Gespräch zu kommen. Aber jetzt erst einmal das Video und jetzt ist Teil 1, die Entstehung von Scham. Denn wenn ich weiß, wie es entsteht, wenn ich weiß, wo so diese Ankerpunkte sind und wie das geschehen ist, kann ich dann auch in Teil 2 viel, viel besser das umsetzen, anhand welcher vier Schritte ich aus der Scham wieder herauskomme. Also komm mit mir in Teil 1, die Entstehung von Scham. Wenn man so ein Video vorbereitet, dann macht man ein Redemanuskript, dann bereitet man gewisse Bilder vor und man möchte gewissermaßen sehr stabil und auch sehr stark und fest rüberkommen, frei von Scham. Aber dennoch sind wir alle, du und ich, sind wir in unserem Leben immer von Scham begleitet worden. Und diese Gefühle von Scham entstehen von Anfang an in unserer Geschichte. Sehr früh in unserer persönlichen Entwicklung sind diese Gefühle, besonders das Gefühl der Scham, angelegt. Und eine wichtige Entwicklungsstufe, die machen wir jetzt mal exemplarisch, holen wir mal raus, ist die Zeit des Teenagers, der ja zwischen der Kindheit und dem Aufbruch ins Erwachsenenleben stattfindet. Bestimmt erinnerst du dich noch daran, wie viele gute Ratschläge du doch von außen bekommen hast, in dieser Zeit als Teenager, damit du ja bloß gut ausgerüstet bist für deine Zeit als Erwachsener, wenn du alleine durchs Leben gehst. Und einer dieser Werte könnte zum Beispiel sein, das war auch bei mir so, mach nicht immer das, was die anderen tun. Lauf nicht mit der Masse mit. Zieh dich nicht immer so an, Markus, wie die anderen. Als Erwachsener findest du diesen Wert bestimmt recht gut, diese Lebensweisheit. Dann kannst du es umsetzen und sagen, ja, ja, klar. Aber fühl dich doch mal in deine Teenager-Zeit zurückversetzt. Oft war man doch todunglücklich, weil sich doch noch so viel Besonderes durch die eigene Kleidung ausdrückte. Zum Beispiel die Botschaft, die Message, ich bin Teil einer Gruppe. Was geschieht dann, wenn die Eltern dir nicht erlaubt haben, diese eine besondere Kleidung zu tragen, diese eine Jeansmarke, diesen Rock, diese Jeansjacke? Ja, du kannst bestimmt nachvollziehen, dass es einem jungen, heranwachsenden Menschen wichtig war und ist, bevor er die Möglichkeit hat, sich ja durch seine Lebensleistung in der Gesellschaft zu etablieren, Anfang seiner, in Anführungsstrichen, Lebenskarriere, erstmal durch seine Kleidung zu zeigen, durch Äußerlichkeiten, dass er doch Teil einer Gruppe ist. Es geht um das Entstehen von Scham. Wenn es also dir unterbunden wird, Teil einer Gruppe zu sein, tja, diese Kleidung jetzt nicht tragen zu dürfen, sich nicht zu der Gruppe fühlen zu dürfen, das ist zum Beispiel eine Ursache von Scham. Und das gerade in der Zeit der Pubertät. Man möchte ja bei den anderen, besonders auch bei dem anderen Geschlecht, in einem Augenzwinkern gesagt, gut ankommen, in der Gruppe auch gut dabei sein. Nein. Und da schleicht sich dann schnell und auch dauerhaft so ein unschönes Lebensgefühl ein, ich gehöre ja überhaupt nicht dazu. Du fühlst dich in der Gruppe in deinem Leben nicht mehr wohl. Und so entsteht eines von vielen Schamgefühlen in dir. Logischerweise können wir hier nicht von einem Trauma reden. Denn Trauma, das Wort kommt ja aus dem Altgriechischen, bedeutet Wunde. Aber es ist trotzdem ein Schamgefühl. Und was dieses Schamgefühl so eklig macht, ist, es hindert einen dauerhaft daran, sich in einer Gruppe oder mit sich selbst wohlzufühlen. Das gilt sowohl für Heranwachsende, aber auch für Erwachsene. Das mag ja auch der Grund sein, warum du dir jetzt wahrscheinlich dieses Video anschaust. Und solch ein Schamgefühl, das sitzt extrem tief in unserer Gefühlswelt. Und dieses Gefühl, das wollen wir nicht wollen, das wollen wir nicht fühlen, weil es uns ganz praktisch tief in unserer Existenz trifft. Warum? Um das zu erklären, möchte ich den Unterschied zwischen Schuld und Scham einmal erklären, um zu zeigen, warum es uns tief in unserer Existenz so markiert und so Fleischfetzen aus unserer Seele herausreißt. Der Unterschied zwischen Schuld und Scham ist der, Schuld ist nicht gleich Scham. Wenn ich mich schuldig mache, dann denke ich an ein ganz bestimmtes, konkretes Verhalten, einen ganz bestimmten, konkreten Fehler. Ich mache etwas Bestimmtes konkret falsch und diese abgrenzbare Handlung, die fühlt sich dann schlecht an. Auf der anderen Seite ist jetzt das Schamgefühl. Da geht es nicht um eine einzelne Tat in dem Schamgefühl. Hier geht es um meine gesamte Existenz. Es geht um meine gesamte Daseinsberechtigung. Und dieses Gefühl, ich bin falsch, im Gegensatz zu der Schuld. Die Schuld sagt ja, ich habe etwas falsch gemacht. Das Schamgefühl sagt, ich bin falsch. Dieses Gefühl, das raubt einem als Vampir die gesamte Lebensenergie. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns diesem Thema widmen. Denn Scham kann dein ganzes Leben bis in eine tiefe Depression bis hin, wenn es jetzt ganz, ganz extrem ist, bis hin zu suizidalen Gedanken führen. Deswegen sollten wir da hinschauen. Lass uns deswegen einmal vier einzelne Schritte betrachten. Das ist jetzt der Teil 2. Wie wir zuerst an dieses Gefühl herankommen und dieses dann anschließend Schritt für Schritt auflösen können. Du siehst jetzt an der Seite die vier Schritte schon mal. Und da heißt es also Anerkennung des Gefühls. Scham ist ein Gefühl. Scham entsteht aus einem Bedürfnis heraus. Und bringe es ans Licht. Bringe es in eine Beziehung. Also Anerkennung, dann das Gefühl, wie muss man damit umgehen. Das Bedürfnis, was ist damit gemeint. Und hole es aus dem Dunkeln heraus. Schritt 1. Es ist okay, okay, dieses Gefühl zu haben. Es geht um die Anerkennung dessen, was ist. Wie bei den reiferen Abwehrmechanismen gilt nämlich auch hier die Regel. Hinsehen und Anerkennen ist der erste und mit der wichtigste Schritt. Im Gegensatz dazu gibt es ja die unreifen Abwehrmechanismen. Die sind ja, zur kleinen Wiederholung, das Wegsehen, das Abspalten einer Erfahrung. Also Hinsehen und Anerkennen. Und wir wollen ja genau das in einer Therapie verändern. Weg vom Abspalten, weg von den unreifen Abwehrmechanismen, hin zu einer Coping, hin zu einer Verarbeitungsstrategie. In dem ersten Schritt, also raus aus der Schamgefühlsfalle, geht es also um die Anerkennung. Es geht um die Erkenntnis, dass unsere Scham in einem Moment der Ohnmacht, der Abhängigkeit in uns entstanden ist. Das können wir nicht oft genug betonen, nicht oft genug wiederholen. Nochmal, fast immer fand dieses Ereignis bereits in unserer frühesten Kindheit statt. In dieser Phase unseres Lebens waren wir von unseren Eltern komplett abhängig. Das heißt also, wir waren hier praktisch ohne Macht. Das heißt, ohnmächtig. Um einen jungen Menschen dann in dieser Ohnmacht zu verletzen, reichte es damals aus, in dieser vulnerablen, verletzbaren Zeit, schon mit wenigen Worten, die sich für dich als Erwachsenen vielleicht gar nicht so dramatisch anfühlen mögen, ihn zutiefst zu verletzen, in seiner Art und Weise über sich zu denken. Und das alles braucht kein schweres Trauma verursacht zu haben. Für die Entstehung von Scham reichten einige wenige Worte, die uns damals, aber tief, weil wir ja ohnmächtig waren, wir waren ja handlungsohnmächtig, ein kleines Baby hat ja nicht die Macht über sein Leben, ist ja komplett abhängig in einer dyatischen Beziehung zu Vater, Mutter und Umgebung. Und da reichten einige wenige Worte, die uns damals aber in der Ohnmacht tief in unserer Existenz, unserem eigenen Wesen, unserem eigenen Charakter trafen. Ich denke hier zum Beispiel daran, dass wenn wir als kleines Kind von einem Menschen, zu dem wir im Grunde genommen eine sehr feste emotionale Bindung haben wollten, wie zum Beispiel der Mutter oder dem Vater, da wollten wir ja eine feste, feste Bindung haben, aufgrund der Bindungslehre. Wenn wir von denen zum Beispiel Dinge hörten wie, ach, das schaffst du doch sowieso nicht, boah, bist du einfach nur dumm, Sätze, ihr hattet jetzt von einem Gesprächspartner gehört, bist du zu blöd, um ein Loch in Schnee zu pinkeln. Boah, du kleines Dickerchen, du. Allein solche Formulierungen reichen aus, um eine tiefe Beschämung auszulösen. Aber nochmals, warum wirken solche Worte, die für einen Erwachsenen vielleicht nicht ganz so schlimm sind, für ein kleines Kind so ohnmächtig schlimm. Nun, es handelt sich hier nicht um eine vernünftige Korrektur. Also solche Sätze wie, das schaffst du sowieso nicht, du bist einfach nur dumm, sind keine Korrektur, sie sind ein Schlag. Schlag besteht aus Rat und Schlag. Und diese Beschämung liegt darum in der Art und Weise, wie der Rat erteilt wurde. Also die B-Note ist hierbei so wichtig. Nicht, was gesagt wurde, sondern wie es gesagt wurde. Es ist einfach etwas ganz anderes, wenn ich höre, ach, bitte sei doch etwas leiser, damit wir schlafen können. Es ist viel angenehmer, das zu hören, als wenn man zu uns sagen würde, boah, du elender Schreier, also halt endlich deine Klappe, du störst nur. Immer, wenn etwas gesagt wird, was uns als Person tief in unserer Existenz berührt, dann entsteht in uns ein Lebensgefühl von ich bin komplett falsch. Nicht, ich habe etwas falsch gemacht, sondern ich bin komplett falsch. Da kommt nicht so dieser rationale Gedanke, das oder das oder das habe ich falsch gemacht. Dann wird das gesamte Leben in Frage gezogen. Das kann ich nicht oft genug in diesem Video betonen. Ich bin durch und durch falsch. Und mit solch einem Lebensgefühl, mit solch einer Beschämung, kann kein Kind, ohne dagegen anzugehen, einfach so leben. Was also tut ein Kind, um mit solch einer Scham zu leben? Und das ist jetzt, das ist jetzt etwas wirklich Trauriges. Kinder sind in diesem Falle leider sehr kreativ. Leider setze ich hier sehr gerne in Anführungsstriche. Diese Kreativität des Kindes zeigt sich darin, in ihren Versuchen irgendwie, irgendetwas zu tun, zu versuchen, um von ihrer Umgebung Bindung zu erhalten, wahrgenommen zu werden, angenommen zu werden. Alle Menschen, und ganz besonders unsere Kinder, brauchen einen emotionalen Bindungskontakt. Dieses Bindungsprogramm ist wie das Biosystem in unserem PC. Also wenn man diese drei Ebenen eines PCs, ich mache das mal ganz simpel, und du hast einen PC vor dir, so ein Windows-PC, wie ich ihn hier habe, dann drückst du auf den Power-Knopf und dann wird erstmal das Bios aktiviert. Das Bios ist das ganz, ganz feste Grundmodularprogramm, was dem Computer sagt, ich existiere. Habe das und welches als Hardware, fertig. Dann kommt das Betriebssystem, Windows, und dann kommen die Anwendungsprogramme, sagen wir mal Word oder dieses Aufzeichnungsprogramm, mit dem ich dieses Video aufzeichne. Ganz am Anfang, das aller, allerwichtigste, unveränderliche ist das Bios. Dieses Bindungsprogramm, was wir haben, das ich mit anderen Kontakt aufnehmen möchte und muss, weil ich sonst nicht überlebe, das ist vergleichbar mit dem Bios in einem PC. Wir können und wollen niemals ohne Bindung durchs Leben gehen. Und das wirklich Traurige in dieser Sache ist, dass Kinder, die jetzt keine Bindung erfahren, bereit sind, für ihre Bindung zu der Umgebung einen extrem hohen Irrenpreis zu bezahlen. Und mit der Bezugsperson irgendwie doch in Kontakt zu kommen, um das zu schaffen, sind sie sogar bereit, sich teilweise selbst aufzugeben. Dabei bilden sie dann nach außen hin etwas, das wir mit einer zweiten Persönlichkeit beschreiben können, eine Art Scheinpersönlichkeit. eine Scheinpersönlichkeit, mit der sie, mit der für sie doch so wichtigen Umgebungen wieder in Kontakt kommen können und damit auch durch den Kontakt überleben können. Es geht hier tatsächlich um nichts weniger als um das persönliche Überleben. Wenn wir also über Scham reden und reden über Bindung, dann reden wir über ein Überleben. Und mit dieser äußeren zweiten Persönlichkeit, die aber nichts anderes ist als eine Lüge, kann man dann eine ganze Weile recht gut leben im Sinne von ich habe es ja geschafft, ich bin ja Teil einer Gesellschaft. Bildet einer vielleicht in der Grundschulklasse, weiterführenden Schule, eine Clown-Persönlichkeit aus, nur um einfach gesehen zu werden. Das ist eine Lüge. Das Traurige ist aber noch mehr. Also es ist nicht nur eine Lüge, sondern es ist ja eine zweite, eine äußere Persönlichkeit, eine Schein-Persönlichkeit und mit der kann ich ja nie ganz zufrieden oder glücklich werden. Weil, wenn der äußeren Persönlichkeit Anerkennung gegeben wird, die gilt ja nicht unserer wirklichen inneren Persönlichkeit. Das spüren wir dann tief in unserem Inneren. Es ist also immer ein Zwiespalt zwischen der inneren Persönlichkeit und der äußeren kommunikativen Persönlichkeit, die wir aufgebaut haben aufgrund unserer Scham, Verletzbarkeit, um mit der Umgebung in Kontakt zu kommen. Aber die innere Persönlichkeit ist etwas ganz anderes. Die äußere kommuniziert mit der Umgebung, aber das ist ja eigentlich nur eine Schein-Persönlichkeit. Und das spüren wir tief in unserem Inneren. Die Anerkennung von außen gilt ja einzig allein nur der künstlichen Lügen-Persönlichkeit, die wir als kleines Kind zu unserem Schutz nach außen hin gebildet haben, um wieder Teil der Umgebung zu sein. Und wenn man das dann erkannt hat mit der Zeit als Heranwachsender, als Erwachsener, dann ist das ein weiterer Grund zur Scham. Dann befriedigt das nicht, sondern das verstärkt die Scham noch. Denn mein ganzes Lebensgefühl, meine Liebe, meine Anerkennung, die Bestätigung, die ich ja von außen bekomme, die gilt ja nicht mir im Inneren. Sie gilt einzig allein der Persönlichkeit, die ich nach außen hin zum Schein für eine Lüge, als Bestechung für eine Zuneigung gebildet habe. Und was ist die Folge davon? So etwas kann dann unser Gefühl von Ich bin nicht richtig viel, viel mehr verstärken, als uns das bewusst ist. Ich bin nicht richtig. Ich habe ja nämlich die ganze Zeit etwas nach außen hin dargestellt, was ich überhaupt nicht bin. Und damit bin ich von meinem inneren Richter wieder nichts als ein Lügner. Ich bin nichts anderes als ein Betrüger. Und solch eine innere Bestrafung kommt dann noch zu der ersten Scham hinzu, verstärkt diese noch weiter. Das ist nicht die Summe von 1 plus 1, sondern das ist dann mehr. Das wirkt dann viel stärker im Verbund und ist damit die eigentliche Tragik von dem Schamgefühl. Die Scham von damals und dann auch noch, dass die künstliche Persönlichkeit eine Lüge ist. Wie komme ich aus diesem Dilemma nun heraus? Wir sind mittendrin. Der erste Schritt in die richtige Richtung ist auch mit der wichtigste, den du machen kannst, und zwar es ist die Anerkennung. Es ist ein Anerkennen, dass du damals das Beste aus deiner eigenen Situation gemacht hast. Du hast damals das Richtige gemacht, um emotional zu überleben. Du hast in dieser Phase einen inneren Glaubenssatz gebildet, der dir damals geholfen hat zu überleben. Ein Glaubenssatz? Ja, es ist ein Glaubenssatz, den du gebildet hast. Sei dir nämlich sicher, jede Beschämung, die von außen kommt, verursacht zwangsläufig auch einen Glaubenssatz im Inneren. So einer könnte zum Beispiel sein, so ein Glaubenssatz. Ich werde meine Gefühle nun für mich behalten und ich werde sie nicht mehr nach außen zeigen, damit ich bloß nicht verletzt werden kann. Ich werde nach außen hin nur noch cool und der Starke sein, damit ich nicht verletzt werden kann. Ich orientiere mich zuerst einmal, das ist jetzt ein weiterer Glaubenssatz, ich orientiere mich zuerst einmal an dem, was meine Umgebung braucht und erst danach kümmere ich mich um mich selbst. Auch ein Glaubenssatz. Der Nächste, der mir eingefallen ist bei der Vorbereitung, ich muss das alleine schaffen. Ich darf keinen Fehler machen. Ich kann das nicht, weil ich zu unsportlich bin, ich bin zu ungeschickt, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin da zu blöde für. Solche inneren Glaubenssätze sind typisch für Sätze aus der Kindheit, wo wir unter Druck standen und die sich unter Druck von außen gebildet haben. Aber bevor du diese heute nun verteufelt sagst, das ist doch alles Blödsinn, denke bitte immer daran. Denke daran. Behalte es immer vor Augen. Gerade diese Glaubenssätze haben dir damals geholfen, dein Martyrium zu überleben. Aber, trotz ihrer Wichtigkeit in deiner Kindheit, solltest du dir nun im Befolgnis im Klaren sein. Heute brauchst du diese Sätze nicht mehr. Und diesen Satz möchte ich immer wieder wiederholen. Heute brauchst du diese Glaubenssätze nicht mehr. Wenn dir dieses bewusst ist, dann hast du schon einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht. Dein Ich signalisiert dir nämlich hier durch, ich möchte mich jetzt noch einmal an diesen Punkt stellen. Ich werde nun noch einmal diesen Glaubenssatz von allen Seiten betrachten, jetzt aber nicht mehr als Kind, sondern mit der ganzen Erfahrung, mit der ganzen Haltung eines Erwachsenen. Das ist die wohl wirksamste Vorgehensweise, um gegen diese Blockade anzugehen, die heute durch den Glaubenssatz von damals entstanden ist. Es wird also diese Handlung, diesem Glaubenssatz, Sprache gegeben. Wir haben aber noch drei Schritte. Der dritte, der zweite Schritt ist, Scham ist nichts anderes als ein Gefühl. Es hört sich so simpel an, aber lass dich mal überraschen, warum es wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst sind, dass Scham ein Gefühl ist. Denn wenn es ein Gefühl ist, hat man damit auch eine bestimmte Handlungsweise, mögliche. Scham ist ein sehr altes Gefühl in der Regel. Das bildet sich bereits allerfrühsten Kindheit aus und wir wissen alle Gefühle, das ist schon was ganz Spezielles. Das Wort Gefühl oder das Wort Emotion kommt aus dem französischen Emotion, entlehnt aus dem Wort Emouvoir, das heißt also bewegen, erregen und lateinisch emuvere bedeutet es heraus bewegen, etwas empor wühlen. Gefühle sind also eine Emotion, eine Gefühlserregung, eine Gefühlsbewegung, der Bauch, das Es, was uns dann motiviert, nach links oder rechts zu schauen. Wir kennen alle so schöne Gefühle wie Freude, Begeisterung, aber wir kennen auch die dunklen, belastenden Gefühle, die Trauer, Wut und das, was wir jetzt besprechen, die Scham. Und diese negativen Gefühle, die wollen wir überhaupt nicht spüren, denn die sind uns ja sehr unangenehm. Sigmund Freud lässt grüßen mit dem Es, die Lust Maximierung und die Unlust Vermeidung. Eigentlich ein total genialer Satz, den ich wirklich toll finde. Da hat er wirklich gute Gedanken gebracht, der Sigmund Freud, um zu zeigen, wie Gefühle doch 360 Grad ohne Moral sind. Und diese negativen, traurigen Gefühle, die versuchen wir mit allem, was uns möglich ist, nicht wahrzuhaben oder nicht anzunehmen. Das Problem an der ganzen Sache ist aber folgendes. Also wir versuchen, diese negativen Gefühle wegzudrängen, aber kein Gedanke und es recht kein Gefühl verschwindet so einfach. Selbst wenn wir uns noch so sehr darum bemühen, diese zu verdrängen. Rein physikalisch, ganz aufgepasst, physikalisch kann man es am besten mit dem medizinischen Nobelbrauch aus dem Jahr 2000 erklären von Eric Kandel. Aber lass uns da nicht so tief eingehen. Ich verlinke dir jetzt mal einen Vortrag von mir. Worte wirken wie Medizin, aber warum? In der Psychotherapie ist ja das gesprochene Wort die größte und wichtigste Waffe, oft sogar noch wirksamer als Psychopharmaka. Und warum ist das so? Warum wirken Worte so auf physikalischer Basis, auf molekularer Basis, wie das Eric Kandel, der Empfänger des medizinischen Nobelpreises des Jahres 2000 in seiner Dankesrede sagte, das Zitat ist ungefähr so, also Gedankenzitat, nach diesem Vortrag ist ihr Gehirn molekular betrachtet, ein anderes Gehirn. Warum sind Worte so gehirnverändernd? Das kommt alles im Video ran. warum habe ich jetzt darauf verwiesen? Um zu zeigen, dass Gefühle, die durch Worte entstehen, nicht so einfach verschwinden. Lass uns aber mal, der zweite Teil, der zweite Schritt heißt ja, Scham ist ein Gefühl. Ich möchte das mal mit einem kleinen Vergleich anführen. Gefühle können wir uns nämlich recht gut bei den kleinen Kindern vorstellen. Ein kleines Kind fällt hin und verletzt sich. Was macht das kleine Kind jetzt? Zuerst einmal wird es wohl die ganze Umgebung zusammenschreien. Auf der Suche nach Bindung, Trost und Kontakt. Und wenn ihnen dann keine Aufmerksamkeit geschenkt wird, obwohl Möglichkeiten da wären, zum Beispiel wenn ihm gesagt wird, stell dich nicht so an, oder noch schlimmer, es wird von den Erwachsenen drumherum, besonders von den Bindungserwachsenen, den Bezugspersonen, der Mutter, dem Vater, einfach der Schmerz ignoriert, was passiert dann? Dann wird das Kind in der Regel lauter und lauter, bis es endlich, hoffentlich gehört wird. Wenn die Bezugspersonen jedoch andererseits darauf angemessen reagieren, es zum Beispiel auf den Arm nehmen, es trösten, was passiert denn dann? Wird das Kind dann lauter und lauter und lauter? Nein, dann dauert es gar nicht mehr so lange mit dem Schniefen, Heulen, Weinen, Schreien. Nach kurzer Zeit springt es dann vom Schoß wieder runter, geht glücklich zufrieden seine eigenen Wege. Ich kann das als mehrfacher Vater wirklich bestätigen und möchte dir jetzt gleich schon sagen, seid ihr sicher? Mit den Gefühlen verhält es sich absolut vergleichbar. Unsere negativen Gefühle verschwinden nicht so einfach, wenn wir versuchen, sie zu verdrängen. Sie nisten sich viel eher in unserem Unterbewusstsein ein, da wo sie erst einmal nicht wahrnehmen. Und das auch an sich ist das ja vielleicht auf den ersten Blick betrachtet eine recht nette gute Sache, denn ich spüre sie ja nicht am Anfang, aber es ist komplett kontraproduktiv, es ist eine Falle, denn wie bei einem Partisanenkrieg werden sich diese festgegossenen, eingenisteten negativen Gefühle, sobald sie in unserem Unterbewusstsein geparkt wurden, zuerst einmal unserem Zugriff entziehen, um dann aber, wichtig, dann aber später an ganz unangenehmen, völlig falschen Stellen wieder aufzutauchen und uns dann noch mehr zu piesacken, weil ja dann die Situation gar nicht mehr da ist, dass ich mich gar nicht mehr der Situation stellen kann, vor allem in einer vollkommen anderen Situation kommen diese Gefühle wieder hoch, was hat das dann mit dieser Situation zu tun, aber das ist dann der Partisanenkrieg, was sollte jetzt besser getan werden, es wäre richtiger, diese Gefühle ehrlich, ohne Widerstand wachzunehmen und wichtig, in unserem Körper zu fühlen, Glaub mir bitte, das ist zwar schwierig, aber es ist die beste Möglichkeit, negative Gefühle in dir aufzulösen, handele so mit dem Schamgefühl, fühle dieses Gefühl in deinem Körper, stelle dir die Frage, wo zieht es sich gerade zusammen, wo kriege ich gerade Schluck auf, stolper das Herz, kriege ich Kopfschmerzen, zieht sich der Magen zusammen und wenn du das dann wahrnimmst, kommt ein ganz wichtiger Schritt, nimm dir dafür Zeit, genau da, wo es in deinem Körper wehtut, sag, da darfst du erst mal sein, bleib mal da, bleib da, sag ruhig zu dem Gefühl, du darfst da sein, ich nehme dich wahr, ich sehe dich, bleib, solange du willst, jetzt, interessanterweise bleibt dieses Gefühl nicht lange, in dem Moment, wo du dem Gefühl sagst, du darfst da sein, löst es sich schon auf, aber du musst es von Herzen sagen, bleib da, du darfst da sein, wenn sich jetzt mein Magen so zusammenzieht, es ist alles okay, alles gut, kleine Wiederholung, wenn dir also erstens bewusst ist, dass du zuerst einmal dir selbst eine Anerkennung aussprechen musst, zum Beispiel, ich hatte damals als kleines Kind eine Überlebensstrategie ausgebildet, ich hatte einen Glaubenssatz gebildet, um zu überleben, wenn du das anerkennst, dann hast du schon etwas ganz Großartiges geleistet, wenn du dann zweitens das Schamgefühl nicht verdrängst, es erstmal in deinem Körper zulässt, es fühlst, also wenn du diese zwei Schritte getan dann kommt der dritte und sehr wichtige spannende Schritt, aber erstmal müssen diese beiden ersten gemacht werden, das Anerkennen und das Fühlen lassen, der dritte Schritt ist, wie heißt es dort, Scham entsteht aus einem Bedürfnis heraus, frage dich, frage dich, welches Bedürfnis steckt hinter diesem Glaubenssatz, der sich damals gebildet hat, in der Jugend wollten wir oft einer Gruppe zugehören, nehmen wir das Beispiel von vorhin mit der Kleidung, wir wollten nicht immer anders sein, sondern wir wollten Teil einer Gruppe sein, es ist dieses Bedürfnis nach Anerkennung, nach diesem bitte sieh mich doch, ich habe hier immer so Merkzettel an meinem PC hängen, warum siehst du mich nicht, ich sehe dich, weil das ist eigentlich die Grundsequenz fast aller gesehen fühlen. Frage dich also immer, welches Bedürfnis steckt hinter meiner Scham? Wofür möchte ich in meiner Umgebung gesehen werden? Wollte ich einfach nur dazugehören? Wollte ich als Person gesehen werden? Wollte ich, dass eine Leistung von mir betrachtet wird? Ich erstelle in meinen Gesprächen in diesem Fall mit meinem Gesprächspartner eine Excel-Tabelle mit vom Gesprächspartner 100 zufällig ausgewählten Lebensereignissen. Das sind Mikro- Lebensereignisse, dann soll er vielleicht mal in sein Handy schauen, welche Fotos hat er dort und was ist dort geschehen? Und diese 100 zufällig ausgewählten Lebensereignisse, die werden dann bewertet in einer zweiten Spalte. In die erste Spalte kommt das Lebensereignis, in die zweite Spalte kommt dann eine Bewertung von 1 bis 10. 1 war total kacke, 10 war total toll, 5 weder gut noch schlecht und dann merkst 2 3 4 6 7 8 9 war es eher negativ war es eher positiv und hier kommt jetzt etwas sehr interessantes auf. Es entwickelt sich ein Muster und zwar wenn eine dritte Spalte gemacht wird. In der dritten Spalte also die Bewertung 1 bis 10 ist ganz interessant und dann in der dritten Spalte wird dann gefragt was hätte denn passieren müssen dass aus der 6 eine 10 aus der 1 eine 10 aus der 9 eine 10 warum war die 10 denn wirklich eine 10 geschehen ist das ist sehr sehr interessant wenn man sich dann mit diesen 100 Mikro Erlebnissen einmal in der Gesamtheit befasst dann entwickelt sich ein Muster ein Muster wird deutlich was mir wichtig ist was mich als Mensch in meiner eigenen Bewertung ausmacht und je klarer dieses Bild dann wird desto deutlicher kann gegen die eigene Scham gearbeitet werden also dritter Schritt sich Gedanken zu machen zum Beispiel anhand dieser Excel-Tabelle welches Bedürfnis steckt denn hinter meiner Scham der vierte Schritt ist im Endeffekt mit dem dritten ähnlich hat aber einen Schritt noch geht noch einen Schritt weiter der vierte Schritt heißt also hol deine Scham an die Oberfläche bring sie ans Licht aber geht jetzt einen Schritt weiter denke immer daran dass das was geschehen ist und die Beschämung verursachte das hat damals immer auch eine Geschichte drüber rum gehabt einen Zusammenhang es hatte einen Kontext gehabt oft geschah dies nämlich in der Ursprungsfamilie oder in der Schule wurde also von Menschen ausgelöst in der Regel die uns wichtig waren von denen wir abhängig waren das ist ein sehr wichtiger Gedankengang also die Scham wurde in der Regel von Menschen verursacht die einem etwas bedeutet haben die einem wichtig waren und jetzt gilt in diesem Zusammenhang der wichtige Merksatz wir werden durch Gemeinschaft verletzt aber wir werden auch durch Gemeinschaft wieder geheilt immer wieder erinnere ich das ist nur der erste Schritt der zweite Schritt den wir jetzt als vierten Schritt genommen haben such dir einen Menschen deines Vertrauens ein Mensch bei dem du deine Scham in einem geschützten Bereich ans Licht bringen kannst denn alles was ans Licht kommt und eine Sprache erhält verliert an negativer Kraft die Sprachlosigkeit regiert die Angst Angst verschwindet wenn wir in einer Angelegenheit Sprache der Sache schenken und da musst du dich nicht zwangsläufig einem Therapeuten anvertrauen es reicht ein vertrauenswürdiger ein einfühlsamer Mensch der und das ist jetzt sehr wichtig sehr wichtig der vertrauenswürdige Mensch sollte nicht sofort mit irgendwelchen super klugen Ratschlägen um die Ecke kommen das ist wichtig es sollte eher jemand sein der dich sieht dich wahrnimmt und dir erst einmal signalisiert ich sehe deinen Schmerz ich sehe dass das okay ist wie du bist so wie du jetzt im Moment bist ist es erst einmal okay in dem Wort okay ist keine großartige Bewertung von super oder schlecht bringst du dein Thema in deine Beziehung hinein wenn du sie erlebst du kannst also deine Scham nicht wirklich zeigen und du gehst aber nicht zugrunde du überlebst das dann hast du genau das erreicht was du brauchst das sind die heilenden Kräfte nach denen du also suchst also nochmal bringst du dein Thema in eine Beziehung jetzt hinein und erlebst mit deinem Gegenüber du darfst sein du kannst deine Scham deinem Gegenüber wirklich zeigen du gehst selber dabei nicht zugrunde und wirst von dem anderen nicht negativ beurteilt dann hat das heilende Kräfte nochmal ich rate dir bring deine Scham immer ans Licht auch als Erwachsener denn Scham entsteht auch wenn wir älter sind stell dir mal vor du hast eine bestimmte Aufgabe angenommen jetzt geht es nur darum Scham ist nicht nur in der Kindheit sondern das geht bis ins hohe Lebensalter hast also eine bestimmte Aufgabe angenommen nehmen wir an bei einer Grillfeier hast du versprochen dich um das Fleisch zu kümmern eine Stunde vor der Feier bekommst du eine Nachricht auf dein Handy ob mit dem Fleisch alles okay ist du hast aber vollkommen alles versendet wie ich Fleisch ach scheiße wie wirst du vielleicht reagieren wirst du deinen Fehler zudecken doch ganz schnell in wie können wir das Beste aus der Situation machen ich sage dies weil genau das ja auch mir passiert ist in meinem ersten Reflex nämlich wollte ich den Fehler zudecken ganz schnell noch in den Markt rein laufen irgendein Fleisch kaufen Hauptsache ich habe Fleisch ich habe mich aber umentschieden und gesagt ich habe es vergeigt und wollte jetzt versuchen das Beste aus der Situation zu machen und gucken was ich noch besorgen kann und mein Gesprächspartner der war natürlich nicht begeistert der hat nicht hallo Markus super geschrien aber es kamen dann von seiner Seite ganz interessante Ideen auf was bei ihm noch so alles auf Lage war was wir noch alles machen könnten was wir jetzt neu daraus aus seinen Vorräten meinen Vorräten machen könnten also frei nach Hegel These Antithese Synthese und das war heilend wirklich waren oder sind und sie nicht zuzudecken das war der Brüller des Abends wir hatten so viel Spaß gehabt besser als wenn ich das Ding zugedeckt hätte lasst uns eine kleine Zusammenfassung machen ich sehe wir haben jetzt über eine halbe Stunde fast schon 40 Minuten fassen wir die vier Schritte einmal zusammen die uns helfen aus einem Schamgefühl wieder raus zu kommen die Übersicht die Anerkennung des Gefühls das Scham ein Gefühl ist es entsteht aus einem Bedürfnis heraus und bringe die Scham ans Licht die Anerkennung erinnere dich bitte daran in der Zeit als Kind als die Situation der Beschämung war da hast du wirklich etwas sehr Großartiges geleistet du hast praktisch an einer Überlebensstrategie gearbeitet einen Glaubenssatz gebildet der dir tatsächlich geholfen hat über Jahre hinweg zu überleben aber dieser Glaubenssatz dieser Teil einer Scheinpersönlichkeit diese Lüge brauchst du als Erwachsener heute nicht mehr durch die Anerkennung der damaligen Situation kannst du dann heute erkennen also Anerkennung von damals ist heute erkennbar ja ich habe durch diesen Satz damals überlebt ich brauche ihn heute aber nicht mehr dann zweiter Schritt Scham ist nur ein Gefühl was muss mit einem Gefühl gemacht werden damit es weiter ziehen kann es muss ausreichend bejaht werden in unserem Körper es muss gefühlt werden dürfen und darf nicht verdrängt werden und diese beiden Sätze Punkte Schritte sind einfach Gold wert und bringen ganz 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 viel Anheilung dritter Schritt da haben wir besprochen wie wichtig es ist offen und ehrlich auf sich zu schauen welches Bedürfnis steckt zum Beispiel hinter meinem Schamgefühl welche Rolle erfüllte dieses Gefühl und zeige es zum Beispiel auf zeigte dieses Gefühl zum Beispiel auf dass ich Teil einer Gruppe sein wollte dass ich mich als personisch gesehen gefühlt habe der Tipp mit dieser Excel Tabelle und den 100 Mikro Erlebnissen vielleicht können wir das ja mal zusammen miteinander erarbeiten der vierte Schritt hier standen dann die Beziehung im Mittelpunkt um wirklich effektiv dieses Schamgefühl zu beenden müssen wir damit offen in unsere Beziehung treten erinnerst du dich noch an den Merksatz Beziehungen verursachen Wunden und genau diese Beziehung heilen auch unsere Wunden Zitat Martin Buber nur über das Du komme ich zum Ich wenn du dann merkst dass du dir Menschen suchen solltest denen du wirklich vertrauen kannst die sich empathisch um dich in dich hineinfühlen und nicht dich sofort mit klugen Ratschlägen zuwerfen wenn du das bemerkst dass das dir hilft dann kommst du sehr schnell aus der Scham wieder raus du kannst also mit deiner Scham in eine Beziehung treten du überlebst du stirbst nicht darin wenn du mit der Hilfe von außen mit der Scham mit dem Scham Gefühl Auge in Auge trittst ich hoffe sehr dass dir diese Punkte geholfen haben eine Hilfe waren um dich mit dir selber und deiner Scham tiefer auseinander zu setzen jeder von uns jeder du und ich jeder hat in einem bestimmten Ausmaß mit Schuld mit Scham Gefühlen zu tun und wenn du dich tiefer in dieses Thema einarbeiten möchtest wenn du tiefer Gelassenheit finden möchtest wenn du Vertrauen aufbauen möchtest wenn du deine eigene Kreativität entwickeln möchtest schau doch mal auf meiner Webseite werdewiederstark.de nach oder kontaktiere mich auf dieser Webseite du siehst sie ja unten eingeblendet meine beiden Webseiten ich freue mich sehr auf dich ich biete ein kostenloses Informationsgespräch ein Orientierungsgespräch an wo wir miteinander schauen können können wir miteinander arbeiten welche Ziele hast du an welchen Problemen können wir mit struktureller Arbeit eine Lösung finden ansonsten bedanke ich mich für ein Like ein Abonnement bleibt diesem Kanal gewogen und ich sage gerne am Ende eines Videos bleibe bitte tapfer die tapferkeit hilft uns das zu tun was richtig ist siehe Kardinalstugend Nummer 3 bis dann alles Gute bis zum nächsten Video dein Markus